Herzlich Willkommen bei Angst und Fischter. Mein Name ist Vednal Limi und ich bin Lernender im zweiten Lehrjahr. Mein Name ist Valiria Felix und ich bin Lernender im dritten Lehrjahr. Wir wollen hier einen Einblick in unserer Firma zeigen und hinter uns sehen auch gerade unsere Produkte. Meine Haupttätigkeiten am Empfang sind das Telefon abnehmen und je nach Produkt in die richtige Abteilung zu verbinden. Dazu gehört auch Bestellungen und Offerten, die per Mail in kommen, auch noch weiter zu leiten. Was mir an dem Empfang gefällt, ist, dass ich neue Leute kennenlerne und ich mich in verschiedenen Sprachen ausdrücken kann. Zur Abwechslung verteilen, von ihr kommt und die Post verschickt. Ich bin momentan in der Fluidtechnik. Fluidtechnik ist Zuständig für Schläuche und verschiedene Kupplungen. Und ich bin dafür zuständig, dass unser Produktetisch sauber ist und präsentabel. Was mir auch Angst und Fischter gefällt, ist, dass wir sehr abwechslungsreich sind, dass wir jede 6 Monate unsere Abteilung wechseln können, dass wir auch durch unsere Internationalität unsere Sprachkenntnisse benutzen können. Und dass wir auch uns regelmässig zum Austausch am Morgen und am Nachmittag mit den Lernenden in der Pause treffen. Jetzt hast du einen kurzen Überblick in unseren Profesalltag bei Angst und Fischter gehabt. Und wenn du dazugehören möchtest, dann bewirre dich doch noch heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.